Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Rebirth. Ja, das letzte Mal haben wir die zweite Challenge versucht. Ähm, wie ihr seht, habe ich sie immer noch nicht. Also ich habe sie, ich glaube, noch einmal versucht gehabt. Da war das aber ein bisschen blöd. Ich werde das jetzt einfach trotzdem machen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die dritte dann zu machen, aber... Ich möchte das gerne schaffen, so mit aufnehmen und so, damit ihr seht, dass ich nicht so ganz ein Vollnoop bin. Beziehungsweise, also ich muss ja mal sagen, von Isaac habe ich mich da schon wesentlich besser angestellt. Also jetzt hier in Rebirth wesentlich besser angestellt als sonst. So, okay. Oh no, die Räume anfangs sind ja noch ein bisschen einfach. Außerdem ich... Ach Gott. Wusch. Nee, danke. Nee, 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 nee. Verhalten wir das. Tackerhäufe hier in Power. Ja, das war eigentlich auch mit der Grund, weswegen ich das überhaupt machen wollte. Die ganzen Kackerhäufchen, die hier dann zu sehen sind. Wenn ich jetzt keinen Stein, den ich noch zum Explodieren bringen kann. Das ist jetzt wieder so die Sache, hm, gehe ich schon zum Boss? Ach man, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich weiß nicht, was es macht, aber ich will es nicht. Oh, da kann ich noch nachgucken, wie in dem letzten Teil, was da war. Gut, vielleicht haben es schon welche unten in die Kommentare geschrieben. Das kann ich gerade noch nicht... Ähm, das weiß ich gerade nicht. Da. Die nächsten Gegner. Ah! Warum macht ihr das schräg? Bin ich ja gar nicht gewöhnt. Ich bin voll reingerannt. Ah, Mann, oh. Lass das doch einfach. Warum rennt ihr immer zu mir? Bin das so plötzlich? Oder bin ich einfach nur... Hab ich nur extrem verspätete Reaktionen? War wahrscheinlich das eher, oder? Ha. Naja. Muss auch erst mal wieder reinkommen. Jetzt, wo ich einige Tage... Ich glaube, das letzte Mal aufgenommen habe ich am Freitag. Genau. Und, ähm... Bis Dienstag war ich ja weg. Mittwoch konnte ich dann wieder neu aufnehmen. Und jetzt haben wir Donnerstag. Tja. Ja. Sind da gerade wieder zwei Tage, wo ich aufnehmen konnte. Und so. Wo ist denn das kaputt gegangen? Ich weiß es gar nicht. Ist einfach... Weiß ich nicht. Instabil geworden? War das so ein explodierendes Teil? Ich dachte, das wäre so ein Teil wie das hier. Jetzt! Auf damit! Das ist nicht... Oh! Ich dachte, du springst nach oben. Irgendwie habe ich das nicht so richtig registriert, dass er nicht nach oben spricht. Und jetzt, wo es tut, bemerke ich es zu spät. So ein bisschen... Jetzt noch... So, okay. Das fängt ja schon sehr gut an, ne? Das war... Im Nicht-Aufnehmen war das besser. Wie so häufig. Na ja, da muss ich nicht reden, ne? Und wenn ich dann rede, dann ist es mal dieses... Oh, Mist! Oder so. Also, ich rede jetzt beim Aufnehmen mal weniger. Aber das ist ja auch doof für euch. Merkt ihr, was in was für eine Zwickmühle man ist, wenn man aufnimmt und kommentiert und sowas? Und Let's Base macht und so? Ja. Das ist brutal, ist das. Ganz schön. Das waren oben eigentlich Herzen, die ich noch hätte einsammeln können. Ich weiß nicht recht. Na ja. Ist jetzt eh zu spät. Also, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das auch. Bei dem muss ich nur... Okay, die Steine schützen mich. Das ist schon mal gut. Schlüssel haben wir, den ersten. Ja, ich renne auch noch wirklich direkt rein. Ich habe wirklich die Angewohnheit, in sowas Zeit zu rennen. Ich weiß auch nicht. Es fängt wieder an. Es ist wieder dieser Fluch von früher. Kakao-Häkchen! Oh, das ist ja einfach so zum Aufmachen. Ach, komm. Hm. Schlechtes Gas. Bin ich da rein? Ich weiß es nicht. Komm, ich habe noch ein paar Räumlichkeiten, die ich mir angucken kann. Was ist mein Dachs jetzt? Jetzt habe ich mein Dingsherzchen verloren. Das ist doof. Oh, nehme ich mit. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Da haben wir noch... einen Raum. Da, 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 da. Ich mache lustige Geräusche, oder? Also ich stelle mir das mal vor, dass ich lustige Geräusche mache. Ich glaube, dem ist es auch wirklich so. Und ich mache nicht nur verstörende Geräusche. Hm, 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 hm. Komm mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein. Gibt es hier irgendwie solche Geheimräume überhaupt? Hatte ich schon mal... Ach, ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Und der eine ist schon mal. Der andere braucht auch nicht mehr so viel. Haben ja ein bisschen was geschafft hier. Evil Up. Oh, das ist jetzt so... Ich habe aber nur... Warte, ich nehme den da. Die Bomben nehme ich noch mit. Und dann gehe ich runter. So. Ups, la 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 la. Aber wenigstens wird der Schlüssel dadurch frei. Das ist doch mal nett. Nämlich ja. Oh, toll. Hätte ich nicht in einen anderen Raum gehen können. Zuerst. Na gut, wo hätte ich denn ahnen sollen? Jetzt aber. Obwohl, ich hätte die ja auch gar nicht in Kacke verwandeln können. Nur wenn sie sich nicht im Dings verstecken. Also mit ihrem Panzer mäßig. Jetzt mach doch. I do. Okay, ich glaube nicht, dass das was wird. Aber wenn dann nehme ich... Also wenn es nicht werden sollte, dass ich hier bald draufgehe. Dann werde ich auf jeden Fall noch in die Folge die nächste Challenge reinmachen. Selbst wenn ich schon über die 15 Minuten Grenze bin, die ich mir so gesetzt habe. Das wäre jetzt absolut kein Ding. Oh, okay. Wow. War da wieder reingelaufen. Hört euch an. Ich packe euch für verwandeln, wenn ich will. Oder ich beziehe euch einfach zu. Noch ein Schlüssel. Kann mich eigentlich auch hin tun. Ich hab ja genug Bomben. Schlüssel, Kompass. Kompass finde ich immer... Ich weiß nicht. Kompass, finde ich immer, sagt eigentlich nur den richtigen Weg. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist im Spiel. Dass das auch macht, aber... Da ich mich eh überall umsehe, ist das eigentlich gar nicht mal so relevant, dass ich da irgendwie... Ach Gott. Oh, ein paar mehr Herzen hier. Guck mal. Äh. Ich hänge überall. Ich seh... Ich seh solche Abgründe nicht so. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es einfach nur pures Ignorieren. Das kann's natürlich sein. Guck mal ein bisschen mehr Range gerne. Das wäre voll. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Den Gegner mag ich gar nicht. Gut, dass meine Bomben gut Schaden machen. Trotzdem mag ich den Gegner nicht. Auch wenn das jetzt hier keine... Also, jetzt nicht irgendwie schwierig war oder langatmig oder sonstiges. Aber ich mag's trotzdem nicht, gegen den zu kämpfen. Absolut nicht. So. So. Dann gucken wir mal weiter. Und nichts feingelassen. Und... Kacke Power. Ah, das ist toll. Das ist toll. Ich liebe dieses Item. Auch toll. Wie kommt man da ran? Nee, dir geb ich nichts. Ich hab schon nicht wirklich... Ich hab schon nicht wirklich viele Herzen noch so übrig und keine Alternative übrig. Da werd ich hier nicht noch was geben. Also... Nee, 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 nee. Was ist das denn? Das hab ich auch noch... Aber ich weiß nicht mehr, ob ich das getestet habe, ob das geht oder nicht. Aber scheinbar geht das. Splash. Dammit. Und... Keine Ahnung was. Wo. Halt. Irgendwas, ne? Äh. Ah, es war halt gut. Oh, das ging jetzt irgendwie echt schnell. War das durch mich oder durch... Wow. Was ist das? Oh Mann. Das ist doch... Das ist doch gemein, wenn einen die Dinger verfolgen. Hab ich noch ein halbes Herz? Range ist niedriger geworden. Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Ja, toll. Hier werd ich drauf gehen. Hier werd ich drauf gehen. Oh, doch nicht. Wow. Bin ich jetzt erstaunt. Gern geh ich hier drauf. Bin jetzt überzeugt davon, dass ich überall... Facken Häufchen. Ich hab's zum Glück noch gesehen. Ich hab doch gar keine Reich... Nee, ich hab gar nicht die Reichweite gehabt. Das da mal. Okay. Okay. Spinnen. Das da mal. von Null-Bombe. Praktisch, dass die genau dort war. Dadurch... Musste ich nicht selber noch eine Bombe verschwenden, um die Truhe zu öffnen. Jetzt nur noch ihr weinen. Komm, das wird doch unmachbar sein. Nur, dass ich noch irgendwie Schaden kriege. So, dann kann ich noch hier rein. Nein 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 nein. Ich möchte das nicht! Und Gott sei Dank... Glück gehabt. Is eigentlich hier voll rum? So kom ich mir vor.... Nein, verzögert, verzögert, verzögert ist doof. Dann fängt es nämlich plötzlich an, schneller zu werden. Und dann bin ich immer erschreckt und überfordert und sowas. Naja, lass das doch mal. Ah, da, man, no. Okay. Nächste Challenge. Diese Challenge, so schön sie auch ist, ich weiß nicht, sie steht bei mir nicht unter einem guten Stern. So, was habe ich denn hier? Ich habe auf jeden Fall blöden Planeten. Ist das nicht toll, wenn man nur so schießt? Klar, es trifft in irgendeiner Weise, aber ich muss immer aufpassen. Ah, ich habe nur eine Bombe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde jetzt sowas von angespannt sein. Irgendwie ist es ja schon cool, vor allem mit diesen, ähm, paralysieren Dingen, oder was auch immer das ist. Aber trotzdem. Das ist halt echt eine enorme Gewöhnungssache. Oh, oh, lol. Bomben, das geht ja noch. Monstro. So viel Schaden machen die jetzt aber auch nicht. Ich habe keine Bombe, um das gut zu machen. Ich habe zwar viele Drehen, die hier herumspüren, aber die machen halt nicht so viel Schaden, ne? Okay, konzentrieren. Vollste Konzentration. Vielleicht schaffen wir ja doch die Challenge. Mal sehen. Das ist auf jeden Fall eine wirkliche Herausforderung. Für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der andere besser klar. Ich will das auch. Das ist brutal, das ist richtig brutal. Für mich. Jetzt ist es erledigt, okay. So weit habe ich es damals gar nicht geschafft. Ich habe direkt als erstes Item das mal aufgenommen gehabt, aber wo ich nicht so kleine Drehen hatte, sondern meine normalen. Und habe nicht mal die erste Ebene geschafft. Jetzt habe ich es. Nein, 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 nein. Nein. Warum mich nicht mehr wegbewegen? Verdammt. Toll. Versteht ihr jetzt, wo das Blöde dran ist? Was das Blöde daran ist? Oh Gott. Das einzig Gute ist, dass die Steine es nicht aufhalten. Also die Tränen nicht aufgehalten werden durch die Steine. So würde ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So lange ich immer Platz zum Ausweichen habe, ist ja alles im Ort los. Dann geht das. Der Raum ist wie der, äh, wie einer in der oberen Etage. Dann kommen noch die Kacko-Häufchen hier. Dann gehe ich einfach zum nächsten Boss. Toll. Dann noch den hier. Wenn sie ein bisschen mehr Schaden machen würden, dann wäre das schon mal besser. Mach bitte die ganze Zeit das nur, okay? Ich habe gesagt, du sollst nur deine Leutchen rufen und nicht doch was anderes machen. Das wird nichts. Selbst wenn ich die Ebene noch schaffe, werde weiter unten nicht langkommen. Oh, verdammt nicht. Wie war das? Mit aufpassen? Da kommt nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Okay. 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 Hab weh, Tears up. Okay, okay. Keine Ahnung. Ich will nur weiter. Oh, super. Was ist denn das für eine blöde Challenge hier, ne? Okay, der eine ist schon mal recht. Jetzt habe ich nur noch Frankenstein hier. Ich muss halt ein bisschen gut stehen, ne? Dann geht das. Ich kriege da so einen ganzen Schwung ab. Oh, gut. Das hat funktioniert. Ich muss nur noch diese Flecken da weggehen. Ich weiß nicht, kann ich die? Ja, okay, die kann ich bewegen. Be-be-be-be-be. Ha. Dank gehen. Ah, was mache ich denn? Warum renne ich denn direkt rein? Ich weiß es nicht. Ich war gerade irgendwie... Ich muss mal wieder ein bisschen mehr privat spielen. Definitiv. Das war knapp. Das war knapp mehr als knapp. Jetzt noch nicht jetzt rein. So, jetzt musste das Problem sein, oder? Komm, hier sind so viele Kügelchen unterwegs. Jetzt, treff doch mal. Einfach Gegner läuft rein. Ach, verdammt. Ich bin hängen geblieben. Das war auch schon wieder knapp. Oh, Mann. Obwohl ich mir den Kampf gegen Mom dann sehr interessant vorstelle. Ich kann echt hier einfach stehen bleiben. Die werden schon irgendwie getroffen irgendwann. Das ist halt nur dann blöd so was Kleines... Kleinigkeiten wie so Feuer ausmachen. Ich hätte so gern die Kackehäufchen-Power. Nein, hier geht's ja gar nicht zurück. Wow, wow, wow. Auch meiner hätte auch schief gehen können. Ich dachte, hier hätte man so drumherum gehen können und alles. Aber dem war leider nicht so. Okay. Jetzt ist mir gleich noch einer. Oh, okay, ruhig. Oh, ich hätte mir das eine Herzchen holen können. Fällt mir grad auf. Oh, einer ist schon mal. Bei den Grauen muss ich nur aufpassen, dass die nicht in meiner Nähe explodieren. Oh, das hätte auch ganz schön schief gehen können. So, jetzt nur noch einer. Jetzt, okay. Oh, das Herzchen... Ich nehme mich mal mit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Langsam fange ich an, mich damit anzufangen. Es ist ja ganz cool und alles. Es ist halt nur... So kann ich mich halt komplett nur aufs Ausweichen konzentrieren. Vor allem, wenn viele Gegner da sind und so. Oh Gott, sagen wir, stirbt das denn nie? Naja, mit... Oh Gott. Wie war das? Ich kann mich nur aufs Ausweichen konzentrieren. Ey, die sind auch doof, die Gegner. Was ist das da? Touch, was sie get, das sie. Oh ja, wenn sie mich anfassen, werden sie anscheinend irgendwie durcheinander. Sieht so lustig aus. Oh Gott, hab ich den mal gerade wenig abgezogen. Oh, das wird lange dauern. Das wird echt lange dauern. Okay. Oh nein, das macht er ja, verdammt. Naja, ich komm hier ja nur... Und... Was macht der denn? Achso, der wird immer... Der blockt... Achso, der wird von meinem Kügelchen abgeblockt. Weil ich wollte gerade sagen, normalerweise macht das Auge ja eigentlich... Äh, so eckenmäßig... Ich dachte gerade so, hä? Was rückt das mich? Ist das jetzt irgendwie gezielter unterwegs oder so? Das zweite Auge dürfte auch nicht weit kommen. Ich freu mich jedenfalls schon auf das zweite Auge. Ah, verdammt. Ich hab nur noch ein halbes Leben, das wird nichts. Den Kampf schaffe ich aber auch echt schlecht. Ach, da bin ich... Mit dem... Ich glaub, ich hab 20 Kämpfe gegen den gehabt und hab, äh... Ja, verdammt. Sag ich doch. Und habe vielleicht, äh... Drei gewonnen? Ja, könnte gut sein, dass ich drei gewonnen hab. Ich glaub, einmal mit Einhornpower. Ich weiß es nicht genau. Naja. Ähm, das war jetzt auch eine weniger erfolgreiche Folge. Und, ähm... Ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Und, ähm... Ja, bis dahin dann. Tschüss, eure Thay.